Die Bulgarien gehen wieder an die Wahlurnen, zu den siebten Parlamentswahlen innerhalb von rund drei Jahren. Das Land sieht sich mit einer wachsenden politischen Instabilität konfrontiert. Pro-russische bzw. rechtsextreme Tendenzen sind offenbar im Aufwind. Nur zwei der sechs Parlamentswahlen seit 2021 hatten eine gewählte Regierung hervorgebracht. Beide scheiterten, als sie versuchten, Reformen einzuführen und die Abhängigkeit des Landes von Russland zu verringern. Bei der letzten Wahl im Juni gab es keinen klaren Sieger. Die sieben Fraktionen, die in die zersplitterte Legislative gewählt wurden, konnten keine tragfähige Koalition bilden. Beobachter gehen davon aus, dass die bevorstehende Abstimmung nicht viel verändern wird. Die Chancen auf ein schnelles Ende der politischen Situation sind gering.